Musik Musik Und an dieser Stelle möchte ich einmal Danke sagen an unsere Kunden, die uns seit Jahren die Treue halten, die uns das Vertrauen entgegenbringen und auch Danke, dass wir viele, viele neue Kunden gewonnen haben und auch an alle Geschäftspartner, Freunde und alle anderen Händler für die schöne Zusammenarbeit. Und wir wünschen uns, dass es genauso weitergeht im Jahr 2020 und deswegen wünschen wir allen ein besinnliches, mit voller Liebe gefülltes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020. Musik Und die heutige Frage unseres Rätsels lautet, welche Tiere helfen dem Aschenpudel, die Linsen aus der Asche zu lesen? Die richtige Antwort senden Sie bitte per E-Mail an weihnachten-at-pirna-tv.de oder Sie rufen an unter pirna-585-188. Der Gewinner wird von uns benachrichtigt. Viel Glück! Und das könnte diesmal Ihr Preis sein. Musik Und das könnte diesmal sein, Untertitelung des ZDF, 2020